Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für eine volle Hütte sorgt und seit Bestehen dieses Stadions erst das dritte Mal, dass es bei einem Fußballspiel ausverkauft ist. Also Fußball wird immer populärer in Finnland und die deutsche Mannschaft zieht offensichtlich den ein oder anderen Zuschauern mehr an. Das ist ja erfreulich. Die Situation vor diesem WM-Qualifikationsspiel, fußballerisch so, ein Bundesliga-Finale, das den Namen wirklich verdient hat, liegt hinter uns. Ein Pokalfinale dazu mit echten Emotionen, Bayerns Triumph in der Champions League. Vielleicht erinnern sich einige an das ansehnliche Länderspiel gegen die Slowakei. Irgendwie hat man richtig Lust auf Fußball und heute geht es ja dann auch für die Nationalmannschaft endlich wieder um was. WM-Qualifikation also in Finnland. Bislang hat das alles sehr gut geklappt. Deutschland stellt in ganz Europa die einzige verlustpunktfreie Mannschaft und das kann gerne so bleiben. Bilder aus dem engen Kabinengang, die unkommentiert noch besser wirken. Der Mann in der Mitte heißt Dick Johl, ist Niederländer und leitet diese Partie, leitet da auch das Champions League-Finale Bayerns gegen Valencia. Auch Deutschlands unrühmlichen Abschied bei der EM in den Niederlanden, das 0-3 gegen Portugal. Auch Bayerns schlechtestes Champions League-Spiel, 0-3 in Lyon. Er beendet seine Karriere, seine internationale mit diesem Spiel. Er hat die Altersgrenze erreicht. Er hat die Altersgrenze erreicht. Er hat die Altersgrenze erreicht. Musik 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 Oliver Kahn, seit Tagen mit Tunnelblick, auch hier in Finnland. Außenstehende sagen, so richtig hat er noch gar nicht realisiert, was mit ihm und besonders durch ihn passiert ist in dieser Saison. Also, die deutsche Mannschaft in grünen Trikots beginnt von links nach rechts und zwar jetzt. Also, sie merken gleich, die Finnen stören früh. Littmannen gegen Ramelow. Ballack dazwischen. Neuville und jetzt Ricken. Links Bode. Oliver Neuville. Ballack, abseits Neuville. Ah, sprungvoller Auftakt. Antti Niemi spielt in Schottland bei den Hearts of Midlothian. Ganz erfahrener Mann in seinem 45. Länderspiel. Lars Ricken gegen Rihilati. Zum ersten Mal von Anfang an seit dem Neuseeland-Länderspiel beim Konföderationen Cup. Das war 1999. Lars Ricken und endlich hinter den Spitzen. Das wollte er immer. auch einer mit langen Einwürfen. Niemie vor Karsten Janka. Vor Sell. Oliver Kahn. Ballverlust. Niemie vor Karsten Janka. Ballverlust. Ballverlust gegen Hyppia. Littmannen. Ballverlust. 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 Es ist gerade richtig was Oliver Kahn da macht. Ein bisschen Ruhe reinzubringen. Zu Beginn einer fast turbulent anmutenden Partie. Linke, Nowotny, Neville. Und jetzt Asamoah. Foulspiel von Wille Nylund. Der Dreier der Finnen. Einer von zwei finnischen Spielern in der Startausstellung, die auch in Finnland ihr Geld verdienen. Alle anderen im Ausland tätig, vornehmlich in den Niederlanden und in England. Freistoß, Neville. Janka, Bode und Asamoah. Riesenmöglichkeit für die deutsche Mannschaft. Gerald Asamoah. Mann, das wäre ja was gewesen. Zweites Länderspiel, zweites Tor. Aber es steht 0 zu 0. Pfostenschuss von Asamoah in der Zeitlupe ganz deutlich zu sehen. Aber es zeichnet einen Stürmer aus, dass er überhaupt da ist. Dass er so eine Situation erahnt. Eckball. Und hier sehen Sie die Situation noch einmal. Bodesschuss. Niermi dran und dann Asamoah. Gegen den Pfosten. Tihinen hatte dann zur Ecke geklappt. Die beiden erfahrensten, Christian Ziege und Oliver Bierhoff auf der Bank. Und Bierhoff, der hat drei Tore mehr geschossen für die Nationalmannschaft, als der komplette andere Kader zusammen. Aber es ist halt lange her. Danke. Lars Ricken mit hinten, um zu klären. Foul von Rihilati an Asamoah. Foul von Rihilati an Asamoah. Petry Passananen. Mit seiner Kerze. Aber er hat sie dann selbst geklärt. Aber er hat sie dann selbst geklärt. Der Pass Linke. Der Achter, er und auch der Siebener, der da reingrätscht, das ist Mika Nurmela, zeigen ziemlich viel Aktionen über die rechte Seite. Besonders Nurmela, sie haben das ja verfolgen können, schon ein, zwei Mal, ganz gefährlich über rechts durch. Handspiel Bode, Freistoß Lippmann. Und gleich gehen die Langen mit nach vorne. Auch Hüppier, der Vierer, der vom FC Liverpool Spieler der Saison von den englischen Fans gewählt. Nowotny, Ricken, Bianca kommt mit und links Neville. Oliver Neville. Elfmeter. Nein. Dick Johl pfeift nicht, wir gucken das gleich in Ruhe an. Oliver Neville kann die Welt nicht mehr verstehen, wenn es Schwalbe ist, muss er Gelb geben, das warten wir mal ab, wenn unterbrochen ist. Das war ein Handspiel hier von Kolka. Und jetzt schön der Reihe nach. Für mich ein klarer Elfmeter. Eindeutiger geht's nicht. Und Michael Ballack hat Gelb gesehen, weil er gemeckert hat. Eindeutiger geht's. Eindeutiger geht's. Eindeutiger geht's. ruhe reinbringen linke Asamoah im Abseits. Und jetzt kriegt Neville eine gelbe Karte, auch hier wegen Meckerns. Wenn er tatsächlich Schwalbe gesehen hätte vorhin, dann hätte es da schon eine geben müssen. Also Herr Johl, das war nix. Das war ein klarer Elfmeter im Champions-League-Finale. Da hat er doch so bereitwillig auf den Punkt gezeigt. Aber warten wir es mal ab. Sind da erst elfeinhalb Minuten gespielt. Lange kein Fußballspiel gehabt, das so turbulent begann. Gibt einen Wurf Finnland, auch wenn Marco Rehmer das gern anders hätte. Mit Mahnen. Kolka gegen Rehmer. Asamoah setzt sich durch gegen zwei. Rechts Neville. Das ist Nupia. Jari Littmann. Zehnmal Finnlands bester Fußballer. Kamelo, Asamoah. Neville. Also Neville häufig am Ball, kommt allerdings nicht jede Flanke an. Einige sind mir ein bisschen zu flach angesetzt. Gerald Asamoah. hat nicht voll getroffen sehr gut gesehen so by the way die information hier wird mit anderen bellen gespielt als üblich mit select bellen dänisches produkt die deutschen nationalspieler haben gesagt der sei weicher als sie sonst gewohnt sind aber er trägt den fifa stempel und deshalb ist das natürlich alles nach reglement nur so als hinweis viertelstunde gespielt im olympiastadion von helsinki also schwungvoll bezeichnet den zustand noch nicht ausreichend beide mannschaften willens und zu weiten teilen auch in der lage nach vorne zu spielen und das macht natürlich richtig spaß zuzuschauen asamoas postenschuss haben wir als herausragende situation notiert genauso wie den nicht gegebenen elfmeter nach dem foul an oliver newville schon unglaublich was der macht 20 jahre ist der jung aber es kommt ihm die erfahrung aus den englischen liegen zugute bei chelsea unter vertrag war lange ausgeliehen in die zweite liga zu crystal palace aber es ist wohl das größte sturmtalent was die finden haben und wer so jung an jahren in einem so wichtigen spiel so abgezockt agiert von dem ist noch was zu erwarten asamoa kein abseits janka noch mal gerald asamor karsten jankers auch er übrigens lange ohne länderspiel treffer genau wie oliver bierhoff hier ist die szene noch mal riecht ein bisschen nach abseits aber was soll es sowohl er als auch der ex kapitän bierhoff haben im lichtenstein länderspiel zum letzten mal getroffen und die finnischer abwehr macht nun nicht gerade den ganz geordneten eindruck sowohl hübja als auch die hin mit fehler die lati unzufrieden mit den pfiffen von dick johle also richtig dunkel wird sie übrigens nicht in helsinki werden sie später wenn rudy völler zu gast ist bei michael steinbrecher im sportstudio verfolgen können da ist immer noch draußen hell die rückpässe halte ich übrigens für eine gefährliche geschichte bei dem untergrund der rasen ist alles andere als gut zwar kurz gemäht heute vormittag noch mal aber ein ziemlicher holpa acker also unter druck kann das auch daneben gehen das ist hübja thomas linke verursacht und eckball unter druck von mikhail fossel blitmanen ball lag dazwischen und auch reema und jetzt ab links neville genau den zeigt sich häufig bietet sich an und zwar auf beiden seiten links wie rechts aber ist noch nicht der glücklichste wenn es dann darum geht die aktion zum ende zu bringen janka gegen hübja sich gut durchgesetzt der bayern spieler entschuldigt sich brav bei michael fossel und vielleicht stimmt das den schiedsrichter milde sie sehen hier dass er nicht den ball aber den gegner trifft und so von hinten hat es umschluss los aber schon in ordnung so jonas kolkart tritt auf die ecke mit einer riesen chance wie kann der da so frei zum schuss kommen ist ja eine frage die erlaubt sein muss wenn die mittelfeldspieler bis in den gegnerischen strafraum gehen dann kann es nicht allein an linke und an rema liegen balak novotny ricken asamoah wer hier ein pfiff gegen kriegt